10 Lebensmittel zur Stärkung des Immunsystems Täglich sind wir Millionen an gesundheitsschädlichen Bakterien, Mikroben, Viren, Parasiten und anderen Krankheitserregern ausgesetzt und nur unser Immunsystem kann uns davor schützen. Besonders in der kalten Jahreszeit ist es darum wichtig unser Immunsystem und unsere Immunabwehr zu stärken. 10 Lebensmittel zur Stärkung des Immunsystems Zitrusfrüchte Zitrusfrüchte sind besonders reich an Vitamin C, unterstützen die Bildung von weißen Blutkörperchen und helfen Infektionen vorzubeugen und zu bekämpfen. Zitrusfrüchte gibt es in einer breiten Auswahl und dazu gehören Apfelsinen, Grapefruit, Zitronen, Mandarinen, Clementinen und Limetten. Kokosöl Kokosöl enthält mittelkettige Triglyceride, die Viren, Pilze, Bakterien und einige Parasiten bekämpfen. Darüber hinaus steigern sie unsere Energieniveaus und reduzieren Entzündungen. Ananas Ananas ist reich an Vitamin C, enthält entzündungshemmendes und schleimlöse Endispromelain und kann möglicherweise selbst Krebserkrankungen vorbeugen oder heilen. Des Weiteren sind sie reich an Granulozyten und fördern die Bildung von weißen Blutkörperchen. Diese wiederum sind das Fundament eines gesunden Immunsystems. Knoblauch Knoblauch enthält Allicin, das bakterielle Infektionen und Krebs bekämpft. Darüber hinaus verbessert Knoblauch unser Kreislaufsystem und viele andere Gesundheitsaspekte. Papayas Papayas sind nicht nur besonders reich an Vitamin C, sondern enthalten darüber hinaus auch noch Papain. Papain ist ein Verdauungsenzym, das Schwellungen im Körper hemmt und Entzündungen verhindert. Kreuzblütler Blumenkohl, Brokkoli und Rosenkohl sind allesamt Kreuzblütler und sind reich an antioxidativen Nährstoffen, die das Immunsystem stärken. Sie enthalten hohe Mengen an Vitamin A, C und E und gehören zu den gesündesten Gemüsen überhaupt. Pilze Pilze enthalten Beta-Glucane, denen eine immunverstärkende Wirkung nachgesagt wird. Pilze sind sehr gesund, können die Aktivität von weißen Blutkörperchen erhöhen und bieten dazu noch eine ganze Reihe an weiteren Gesundheitsvorteilen. Möhren Möhren stehen für ihren hohen Gehalt an Beta-Carotin bekannt und besitzen eine immunsystemregulierende und infektionsbekämpfende Wirkung. Sie unterstützen die Schleimhaut in Darm- und Atemwegen und schützen sie damit vor schädlichen Bakterien. Paprikas Paprikas sind eine weitere ausgezeichnete Quelle für Vitamin C und Capsaicin. Capsaicin verbessert die Durchblutung, lindert Schmerzen und Entzündungen, verdünnt Schleim und wirkt als Antioxidans. Joghurt Joghurt enthält lebende Mikroorganismen, verbessert damit unsere Darmflora und stärkt das Immunsystem. Achten Sie darauf nur probiotischen Joghurt mit lebenden und aktiven Kulturen zu kaufen. Pasteurisierter Joghurt enthält keine Probiotika. Kaprikas Joghurt enthält eine page und auf Planet Künstler kretsagen. Bharat